noch eine heilung zu reinschieben oder auch zwei weiß wenn ich immer drum bin ich komme so eine betörende ruhige musik ist das hier greifen 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 also versuchen wir in der hölle rein zu schicken und da haben multischuss die machen gut schaden die machen gut ich müsste gleich heilen der kanal gehen noch mal angriff machen geschickt zu flyer meine hölle eine vollheilung und fertig gleich besser dass ich eine vollheilung gemacht habe doch relativ viel viel schaden jetzt wäre vielleicht da ungewiesen gelähmt da können wir das erste zu angreifen das zweite kommt jetzt hinterher oder schon eine nummer hertha die jungs ich habe hier wieder das scheint eine art labyrinth zu sein das wird jetzt richtig viele punkte fressen hier jetzt und der hat unter 300 leben moment wenn mich das system jetzt nicht täuscht so gewollt ist tippe ich mal was so ich wollte eine alle heilen danke habe ich ja dann ist das ein rätsel was hoch muss das runter muss ok die hatten wir schon mal kreisfäger äh hallensichel und saus und braus na die machen nicht so viel schaden das geht noch na wenn die ein bisschen mehr schaden haben dann kann ich auch so einfach mobs einfach mal so eine runde schnell weg machen das ist gar kein problem weil ich wollte schon ziemlich hoch level mal aber halt die zeit nie dafür richtig und ich habe auch viel zum aufnehmen da nicht mehr gehabt naja macht ja nix jetzt kommt wieder regelmäßiger möchte ich meinerseits hoffen aber komme jetzt wieder gut voran ich hatte es nur gärgert mit dem boss das war halt ein bisschen das problem was ich fand jetzt ist er hier hoch irgendwas in der mitte machen hier kommt irgendwas runter was weiß ich noch nicht aber eine wippe ist auch da da haben wir es ich finde das so ein rätselmäßig schon ganz geil irgendwelche zahnräder in der ding hier so ab mit dir runter jetzt könnte ich nicht drunter springen das ist ja klar hier ist dann nichts weiteres nachdem wie die truhe oder so hätte sie sich auch noch finden können naja hier ist auch nichts geht es erst wieder hier runter da geht es noch runter das mache ich aber nicht ich will erstmal hier den hebel umlegen damit wir eine abkürzung wieder haben ok gehen wir mal kurz runter wo muss ich denn hin ich verstehe ich verstehe da ist sie nämlich runter ich glaube das war jetzt richtig hoffen wir mal auf der anderen Seite ist ja nichts ne weg das ist ja ein bisschen schräg schieben so ist ok ja passen noch drauf jetzt kommen wir an die leiter ran auf der anderen Seite wäre nichts das heißt es war schon richtig hier lang zu schieben so jetzt sind wir fast ganz oben wir sind fast ja wir sind oben jetzt gibt es noch die ich wollte gerade sagen kann ja hier diese leiter nicht hochgehen oder was hallo wo ra faudra hai da oben hehehe nice also nur das macht mir gerade Spaß ein bisschen so ein rätsel hier zu haben hier ist wieder eines jetzt scheinende Ding zu sein ok Okay, wir haben hier zwei. Das heißt, ich ziehe mir erst mal eine runter. Sollte so jetzt nicht passieren? Monster. Ja, gleich zwei davon. Hallo? Was ist denn mit dir los? Na, aber tschüss. Okay. 140. Was hat der denn? 111 plus 80. Also 250 muss er dann haben oder so. Und da vertue ich mich. Okay, da ist eine Truhe. Das heißt, ich könnte mir noch eine Schatzkistole holen. Ja. Okay, okay, okay. Jetzt gehen wir erst mal rüber. Ich wollte jetzt rüber gehen, aber das ist okay. Das ist jetzt ein bisschen knifflig. Aber nur ein kleines bisschen. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. So, tschüss. Oh, Flash hat Level 32 erreicht. Nice. Viele Punkte gibt es? Schmor und sechs Punkte. Wie sagen, finden wir... Warum das denn nicht? Kann auf der aktuellen Schiffe nicht gestuft werden, okay? Okay, auch hier weiter. Okay, auch hier weiter.